Herzlich willkommen hier bei Nutreas Athletics in Müllis Muckibude. Wir haben ihn mal besucht heute hier mittwochs bei seinem Training. Mülli, wie geht's dir? Wie war die Sommerpause bis hierher? Ja, war spannend, sag ich mal. Zuhause hat sich ein bisschen was geändert. Der Sommer ging dann aber relativ gut los hier beim Andreas und ja, soweit fühle ich mich jetzt. Du sagst schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Ihr habt Nachwuchs bekommen. Vater einer Tochter bist du geworden. Wie geht's der Kleinen? Wie geht's euch als Familie? Ja, uns geht's gut soweit. Die Kleine macht sich auch super. Wechsel und gedeiht. In der Nacht lässt sie uns ja relativ viel schlafen und ja, was soll ich sagen? Also, es ist was Wunderschönes. Aber in deinem Trainingsalltag oder so, lässt sich das jetzt alles gut integrieren oder hat sich da was verändert? Die Kleine lässt mich trotzdem regelmäßig um 8 Uhr aus dem Haus gehen und ja, ich komme dann hierher und ja, dann ziehen wir unser Programm hier durch. Wir sind eine kleine Trainingsgruppe und ja, dann verbringen wir den Vormittag hier. Cool. Du bist ja auch einer der erfahrenen Spieler im Rudel, das wissen ja alle. Eisenmülli, dein Spitzname. Hat sich da was verändert in den letzten Jahren jetzt so, wo du jetzt einer der erfahrenen Spieler bist in Bezug auf Training? Bist du da disziplinierter vielleicht? Das Gute ist, dass ich jetzt mit dem Andrea schon sechs Jahre zusammenarbeite und ja, ich habe mich am Anfang gefühlt, als ob ich noch nie eine Hantel in der Hand hatte und das hat sich über die Jahre halt auch gesteigert und da ist halt der Ansatz schon da, dass man halt im Sommer direkt reinsteigen kann. Es hat sich ein bisschen was verändert. Ja, vielleicht nicht mehr ganz so viel Wiederholung, dafür ein bisschen mehr Gewicht an sich, aber ja, sind die Trainingspläne ziemlich ähnlich. Du gehst jetzt in deine zehnte Saison in Kassel. Das gibt es nicht oft im Profisport. Wenn du jetzt auf die letzten neun Jahre guckst, gibt es da, ja, wie bewertest du das? Gibt es da ein Highlight? Ja, also ein Highlight war ganz klar die Zweigameisterschaft in dem zweiten Jahr von mir hier. Highlight war natürlich auch das erste DL 2er, wo wir ein Mannschaftsfoto hatten mit zwölf Mann. Und wenn man so die Entwicklung sieht, der Kader ist natürlich auch immer ein bisschen größer geworden. Wir haben mehr Qualität auch immer bekommen und ja, das mit der Halle ist natürlich unglaublich. Wenn man da die Halle zu Anfangszeiten zieht, was natürlich Kultstatus hatte und wie sie jetzt umgebaut wurde, ist natürlich überragend. Umgebaut wurde oder auch noch umgebaut wird jetzt gerade im Sommer. Hast du die Baustelle schon gesehen, den Haupteingang? Ja, das ist eine große Baustelle. Ich bin gespannt, ob es bis dahin, bis zu Saisonbeginn dann auch rechtzeitig fertig wird. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das fertig wird, damit ihr auch aufs Eis könnt. Wir gehen mal davon aus, hast sicherlich auch schon verfolgt, wie der Kader aussehen wird. Kannst du schon was sagen zu den Neuzugängen? Kennst du schon wen? Kennen jetzt nicht wirklich. Klar hat man zum Beispiel den Luis Brunner. Hat man schon auf dem Eis jetzt hier kennengelernt. Der ist ja auch in Kassel schon. Und ja, der Rest wird sich dann so gegen August natürlich hier eintrodeln. Und ja, ich bin guter Dinge. Ich denke, die Qualität ist da. Wir haben gute Stationen vorher gehabt und ja, ich bin guter Dinge. Auch Yannick Valenti kommt ja zurück nach Kassel. Ich glaube, du machst auch einen ganz guten Draht. Der geht manchmal golfen oder kannst du sonst auch noch was zu sagen? Ja gut, den Yannick kenne ich jetzt schon ein bisschen länger. Ich habe mit seinem Vater ja schon zusammengespielt und ja, wir trainieren hier zusammen. Wir spielen viel Golf zusammen. Wir sind zusammen auf dem Eis und ja, man mag es. Ich sag mal so. Sehr schön, sehr schön. Das hört sich gut an. Ja, bleibt uns eigentlich noch so ein Thema, was uns interessiert. Du hast jetzt neun Jahre für die Huskys gespielt, dementsprechend auch neun verschiedene oder sogar mehr Trikots getragen. Gibt es da ein Highlight-Trikot, was du im Kopf hast oder hast du auch schon das Neue vielleicht auf dem Schirm, worauf du dich freust? Ja, das Neue hat man ja im Internet, sag ich mal, den Vorschlag schon gesehen und ich bin echt gespannt, wie es dann live ausschaut. Wenn es in die Richtung geht, denke ich, dass es schon ein Highlight-Trikot wird. Ja, Mühli, dann bedanken wir uns für deine Zeit hier. Danke, dass du uns mal hier die Location gezeigt hast und wir freuen uns auf den Saisonstart. Ja, danke, dass ihr euch besucht habt. So liebe Fans, schön, dass ihr euch das Interview angeschaut habt. Ich freue mich natürlich auf die neue Saison. Jetzt seht ihr hier gleich noch mal meine bisherigen Trikots im Schnelldurchlauf. Und ja, seid gespannt auf das neue Trikot. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Euer Mühli. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.